willkommen zu die sims 4 so unser kleiner johnny hier unterhält sich gerade mit dem zweiten don lothario und ja mal sehen wir haben ja jetzt der part ist geschafft alle alle bestreben abzuschließen könnte ja der zwillings oder jetzt sein zack verschönern an den schulen reden süßigkeit lieblingstier eltern gespielt dann ob er single ist freundlich fantasiegeschichte erzählen von herzen kommendes kompliment machen nochmal von süßigkeiten schwärmen aha ein dinosaurier wurde von einem basketball getroffen und dann ist der dinosaurier an einem geplatzten ball erstickt nach tagfragen ein buch er muss wohl los der zweite don so dann kannst du mal eben hier auf dem tappt gehen sie lasst es essen so madame dann musst du hier so so wie sieht denn mittlerweile eure ja ist wieder ok so dann müssen wir auch zu sehen er ist sehr konzentriert wenn er auf klo gewesen ist wenn er auf klo gewesen ist ähm huch er muss jetzt zur arbeit gehen da müssen wir halt zu sehen was willst du denn jetzt ach verdorbenes essen rausräumen ok anana isst jetzt jetzt läuft wer weiß wohin ja bei christian brauche ich ja jetzt auch nichts mehr einzustellen dass er fleißig arbeiten soll er kann normalbetrieb machen weil er ist ja normalbetrieb machen weil er ist ja normalbetrieb machen weil er ist ja normalbetrieb machen schon am höchsten punkt der karriere angekommen cream oh so mein lieber auf So, mein Lieber. Ja, sobald Christian wieder von der Arbeit kommt, wird dann wird er natürlich einen Kuchen backen, damit unser Johnny altern kann. So, jetzt auch bitte schön ein... Du machst Bier, also trinkst du jetzt auch mal eine Tasse. So, und... Wie? Schmeckt der nicht? Beruhigender Kamillentee. Ist das eine Jodi? Ja, Jibs. Oh, hi, hi. Oh, das Kufa. Oh, oh. Hallo, Christian. Berparier mal. Dann kriegst du hier auch den Schuh. Hier warst du auch mit Verbesserungen soweit durch, ne? Außer da. Dann könntest du eigentlich... Selbst... Also hier mal die... Ach, nee. Äh, wir kaufen... Genau, wir kaufen jetzt mal hier die besten... Äh... Sachen. Also sprich, ich frage von denen und... Wir nehmen dann... Ja, erstmal den gelben. Und dann dasselbe Spiel mit dem... Besten Herd. So, dann lohnt sich das schon eher zu verbessern. Und wir haben jetzt im Moment den. Das ist der. Ja, dann kriegen sie auch diese Mikrobälle. So, ich glaub... Äh, wir haben den da. 8, 5, 2, 8, 8. Ja, und bei T gibt's ja nur den. Also tauschen wir den auch aus. So. Und dann verschwindet mal endlich hier dieser kleine Fernseher. Ähm... Dafür holen wir dann jetzt mal... Ähm, 8, 8. So. Nur damit bleibt es so. Sehr schön. So, das reicht dann auch erstmal wieder. Ähm... Ach, wir könnten ja... Mal gucken. Ähm... Wir haben das im Moment. Und... 6, 8. Ja. Dann nehmen wir das. So. Oben haben wir es, glaub ich, schon, ne? Ja, richtig. So, da haben wir schon die besten Klos und Dusche, Klo, Dusche und Wanne. So, ja. Das reicht dann erstmal. So, dann lohnt sich das auch für unseren hier, das wirklich zu verbessern. Und dann... Und dann... So. So. So hast du für die Arbeit alles da. Ne, du musst noch Logik. Ein Logikpunkt. So und dann geht das hier noch rein. So. Wir haben die zwar, aber knallen wir sie noch dazu, damit die Postkarte nicht immer... ...mit sich rumschleppt. So. So, aber sie muss fleißig sein. So, dann kannst du mal hier plündern. So, was ist mit dir? Ja. Die geht soweit gut außerhalb irgendeinem Müll. So. Schwupp. 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 Dann können wir jetzt... ihm die auch geben. So, du hast Hunger, Monsieur. Dann... Ja. Bedien dich. Sehr schön. Wie lange arbeitest du nochmal? Bis 22 Uhr jetzt? Noch einmal? Ja. So. Sehr schön. Er hat Motorik auf 10 gebracht. Sehr schön. Ja, dein... Der Silas ist leider beschäftigt, Johnny. Unterhalte dich hier mit deinem Papa. So. Also. Ex. hurts. so ja dann können die bald wirklich schön altern christian kommt bald aus der arbeit wieder das ist sehr gut dann würde ich sagen wenn wir im nächsten part ja ist ja dann sonntag dann können wir da eine geburtstagsfeier veranstalten dem willi drückt auf der blase ja schnell ja ja wenn man spielt vergisst man alles bis es dann fast nicht mehr geht oder zwar eine erleichterung so ich hoffe ja dass er jetzt mal bald auch die geschicklichkeit hoch pusht wie sehen denn sonst deine bedürfnisse aus so und deine ja du musst dann gleich duschen dann kannst du hier gleich mal duschen langweilige arbeit die arbeit war wie immer okay so und du musst dann für die arbeit wieder natürlich die arbeit die arbeit es war so um outfit ändern alltag eins so ich muss wirklich mal die kleidung ändern dann könntest du eigentlich schon mal kuchen machen mach mal den blauen konfetti kuchen ach geht hier nicht ach geht hier nicht Silas hockt hier noch dann brech mal ab so dann kann er das später machen so plauder doch mal ... ... ... ... Zuh-hah! Oh nein! Ha ha! Ha ha! Zuh-hah! 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 Ha ha ha! Shaili? Niko-bias! Ha ha! Zuh-hah! Zuh-hah! So, dann kannst du auch da direkt mal äh, Geburtstags drauf tun. So, dann kannst du dich hier mal so... So, dann können wir den erstmal da reinpacken. So... Da machen wir dann wirklich am Sonntag schönen Geburtstagsfeier, wo dann, äh, würde ich sagen, zwei Kinder älter... äh älter... äh älter... älter... älter werden. So. Und, äh... Dann machen wir... Dann machen wir... Äh... Also, dann einen weiteren Tag später kommen die anderen zwei dann dran. So... Äh... Äh... Alana muss aufs Klo. Dann kannst du... Äh... Dann kannst du... Äh... In... Knuddeln... Und dann... Äh... Süßholz raspeln... Äh... Und... Dann... Ähm... Äh... 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 Er hat's geschafft! Er hat's wirklich geschafft! Jetzt haben wir... Auch hier die Geschicklichkeit auf 10! Sehr schön! Bravo! Äh... 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 Das ist natürlich nicht so toll! So! Äh... Äh... Level 10! Der Geschicklichkeitsfähigkeit erreicht! Ähm... Silas findet beim Recyceln immer seltenere Teile und kann am... Äh... Schreibtisch... Schreib... Äh... Schreinertisch... Toiletten herstellen! Außerdem kann er... Küchenobjekte doppelt so schnell wie zuvor verbessern und andere Sims in Geschicklichkeit unterrichten! Geht nicht! Gibt's nicht! Lass einen Sim den höchsten Level in Geschicklichkeit erreichen! Ja! Sehr schön! Das ist prima! Dann können wir uns auch ein weiteres äh... Das eine geheimen Versteck noch angucken! Also das geheime äh... Grundstück angucken! So! Und dann könnt ihr... Meinetwegen, damit euer Spaß hochkommt... Ähm... Euch verblühen! So! Du sollst nicht weiterspielen! So! So! Tschüüüüß! So! Dann ist der... Kühlschrank dann auch komplett... Kühlschrank dann auch komplett... Aufgestockt! So! Aber wir werden trotzdem nach und nach die ganzen Sachen äh... alle verbessern! So! 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 Wenn du das hast, kannst du anschließend dir... was zu Futter nehmen... und... schlafen! So! Aber wie es dann weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part! Schön, dass du dabei warst! Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest! Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag! Einen schönen Abend! Viel Spaß und bis denn dann! Tschüss.